Bibi Blocksberg Was du heute wieder machst Such dir einen der vier Kalender aus Dieser Kalender merkt sich deinen Spielstand, während du spielst Wenn du schon einmal gespielt hast, kannst du in deinem Spiel weitermachen, indem du wieder auf denselben Kalender klickst Ja, da haben wir ja die Qual der Wahl bei diesen vier prächtigen Vorzeigekalendern Wir suchen uns gleich natürlich einen aus Das ist mein, glaube ich, einziges Bibi Blocksberg Spiel, was ich damals besessen habe Und Hallöchen erst einmal Ich habe mich gerade beim Intro schon gefragt, ob das wahrscheinlich gecopystriked wird oder ob wir es drin lassen dürfen Dementsprechend habt ihr es dann mit oder ohne Ton gehört Ihr wisst dann an dieser Stelle jetzt schon mehr als ich während dieser Aufnahme gerade Ich bin sehr gespannt drauf Ich habe so ein bisschen Erinnerung noch an das Game Aber nicht mehr so viel Deshalb keine Ahnung, was uns erwartet und ob ich die Rätsel, denn ich nehme mal an, die wird es geben, lösen kann Ja Ich freue mich drauf, ich glaube, obwohl Grün meine Lieblingsfarbe ist Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen Hat mich dieser Kalender irgendwie nie so angesprochen Und ich habe mich immer für diesen hier entschieden Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen Das weiß ich komischerweise noch Also, let's go Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi Im Namen aller hier anwesenden Hexen Möchte ich euch beiden für die Einladung zu dieser Versammlung an diesem außergewöhnlichen Tag danken Ganz besonders dir, Runzia Schließlich sind wir hier bei dir zu Gast Ach, Krötenzahn und Hasenpfote Das ist doch alte Tradition Tradition, genau Wie jedes Mal an einem Freitag dem 13. Das stimmt Morgen ist es wieder soweit Und Und dafür haben wir uns etwas besonders Lustiges ausgedacht Wir werden zusammen in Neustadt Wir werden zusammen in Neustadt unser hexisches Unwesen treiben Meint ihr wirklich? Na klar, super Idee Ist doch klasse, was Blumenpott? Nicht, Schubia? Nein, ich halte das für eine schlechte Idee Ey, warum denn? Heutzutage gibt es viel zu viele Gefahren in einer Stadt Ja, das denke ich auch Soll das etwa heißen, wir werden keinen Schabernack treiben? Doch, aber nicht auf den Straßen in Neustadt Das lass ich mir nicht gefallen Krötenschleim und Hasenzahn, das geht zu weit Nicht mit mir Aber Runzia Dieser Freitag gehört uns Ene mene, großer Hafen Alte Mania, wirst schön schlafen Ene mene, treue Hex Mach flaui, paui zum Gewächs Bibi, ich muss zu Bibi Ene mene, Hexenfratze Schubia wird eine Katze Hexen Sie wird völlig verwirrt sein, wenn sie aufwacht Beim Krähenfuß, was wie ein ausgesprochen hübsches Pflänzchen hier herumsteht Und erst das Kätzchen Die werden uns nicht mehr stören Weißt du was? Wir fliegen nach Neustadt Und zur Krönung werden wir die Turmuhr verhexen Die Turmuhr? Das ist eine hervorragende Idee, Runzia So, jetzt wirken alle unsere Hexereien bis zum Abend des 13. Und niemand kann uns vorher aufhalten Krähenfuß und Krötenpfote Du kennst dich aber aus Das wird ein Spaß Und wie! Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns Hexen Will ich gar nicht wissen Ich hab es dir doch erklärt, Bibi Geht es immer noch um diese Hexenversammlung? Genau Ich darf nämlich nicht mit Du meine Güte Heute ist ja Freitag, der 13. Keine 10 Pferde bekommen mich heute vor die Tür Einigt euch, wie ihr wollt Aber ich stehe erst wieder auf Wenn dieser grässliche Tag vorüber ist Dieser Aberglaube Also gut, Bibi Die Versammlung heute bei Runzia Ist ein Hexentreffen, das selbst für erfahrene Hexen gefährlich sein kann Also, ich möchte, dass du zu Hause bleibst Und für heute gilt absolutes Hexverbot Zur Sicherheit hexe ich einen Knoten in deinen Besen Und blockiere deine Flugsprüche Mami! Gut, dann gehe ich jetzt Morgen früh bin ich wieder zurück Macht's gut, ihr beiden Falls irgendetwas sein sollte Kannst du mit diesem Spruch zu mir fliegen Das gilt aber nur für den Notfall Hörst du? Okay, damit sind wir jetzt im Spiel Da ist Bibi Da ist ein Telefon Da ist Papa Ist der Tag schon vorbei? Nicht? Na, ich bleibe jedenfalls unter der Decke That's a mood Ja, ist Freitag der 13. Heute ist Freitag der 13. Ja, leider immer noch Okay Erstmal hier ein Kuchenmesser auf dem Tisch Ein Kuchenmesser Wer weiß, wo ich das heute noch gebrauchen kann Bibi entscheidet sich für Gewalt Okay, ist natürlich nur ein harmloses Kuchenmesser Und Kekse, lecker Wüstensandkekse Ein neues Rezept von Mami Oh, sind die bröselig Aber sie wirken Die nehme ich am besten mit Damit ich sie auch unterwegs benutzen kann Ja, falls Ich mal zu wenig Sand in den Schuhen hab Vielleicht Weiß es nicht Was haben wir noch so hier? Ah, da können wir rüber gehen Ich gehe heute nicht ans Telefon Es kann sich ja nur um eine Unglücksbotschaft handeln Dann gehe ich eben ran Bin gespannt, was es gibt Hallo, hier Bibi Blocksberg Ach, Hallöchen Bibi Gut, dass ich dich erwische Unglaubliche Dinge gehen hier vor Also ich bin ja wirklich nicht abergläubisch Aber ich könnte schwören Dass in meinem Büro alles verhext ist Hm Frau Kolumna, heute ist Freitag der 13. Und das ist bei uns Hexen ein wichtiger Feiertag Ein Feiertag? Das musst du mir genauer erklären Am besten du kommst so schnell wie möglich in die Redaktion Ich kann nicht Mami hat mir verboten zu fliegen Ach, das noch Aber dir fällt doch bestimmt was ein Schau doch mal in eurem Hexenhäuschen nach Bis später In so einem Hexenhäuschen Das war ja komisch Vielleicht kann ich ja hier im Haus Wirklich was finden, was mir hilft Ja, wir geben unser Bestes Wir werden sehen Mami will nicht, dass ich wegfliegen kann Aber mir wird etwas einfallen Yes Wo geht's denn hier hin? Unsere Haustür Ah Ja gut Und hier? Da geht es zum Dachboden hoch Ja, dann hoch Gut, ich gehe auf den Dachboden Yes Ich muss sagen, das ist so ein schöner, heller Dachboden Ne? So ein Zimmer Einfach so in so einem schönen Dachboden So bis auf die Spinnen wäre das sicher cool Mami hat mir damit dieses Kleid genäht Na? Mein alter Puppenwagen Wie süß Ist da was drin? Mein alter Puppenwagen Okay, sieht nicht so aus Aber hier Freitag der 13. ist ein Datum An dem einige Hexen ihre Künste sogar an anderen Hexen erproben Daher sollte man auch als Hexe an einem solchen Tag sehr vorsichtig sein Mami hat also doch recht gehabt Freitag der 13. ist für viele Hexen eine Gelegenheit Sich zu treffen und den Aberglauben der Menschen kräftig zu schüren Vor allem aber haben die Hexen miteinander eine Menge Spaß Ich bin schon 13, also alt genug, um dabei zu sein Wenn die Hexen miteinander eine Menge Spaß haben Oh Bibi, warte da mal lieber noch ein paar Jährchen Manchmal kann es vorkommen, dass Sprüche an diesem Tag nicht funktionieren Oh oh Oder das Gegenteil bewirken Das klingt nicht gut Elixiere sind hochwirksame Hexentränke, mit denen man besonders vorsichtig umgehen muss Mhm, sehr random, aber gut Ein beliebter hexischer Gegenstand ist der allwissende Spiegel Der allwissende Spiegel kann alles zeigen, was man sehen möchte Zeigt ihr mir auch, warum Ziniminis so köstlich schmecken? Okay, wie lege ich denn das Buch weg? Einfach daneben klicken Och guck mal, das Elixier aus dem Buch Da steht ja was drauf Ja Drei Blätter Silberkraut Möglichst viel grünes Hexenwasser Und vier Rumpelkörner in einen Glasballon schütten Und den Elixierspruch anwenden Das merke ich mir Okay Mist, jetzt ist es leer Jetzt werde ich nie erfahren, wozu das gut war Einfach mal die Pflanze gekippt Ui Was Okay Was ist Das ist ein Wachstumselixier Super Ich nehme das Fläschchen lieber mit Vielleicht kann ich das Zeug irgendwo nachmischen Okay, jetzt haben wir hier eine sehr große Pflanze Durch das Elixier ist sie so schnell gewachsen Ich muss es irgendwie nachmischen Ich muss sagen, das hätte ich auch gern für meine Hauspflanzen Können wir am Fenster was machen Oder ist das Warum ist das Fenster offen? Ja Oh nein Eine schwarze Katze Und das heute Du siehst aus wie Schubia Schubia Wandshaar Miau ey Miau Miau ey Ich darf ja eigentlich nicht hexen Aber ich würde zu gerne wissen, was die kleine Katze will Ja, ich nehme an, dass wir hier unten jetzt auch Gegenstände haben Elixiere und Sprüche Bibi's Hexenbuch Um zu hexen, benötigt sie dieses Buch Was haben wir hier noch? Wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du hier Hilfe bekommen Hier kannst du sehen, was Bibi dabei hat Das ist die Anzeige für Bibi's Hexkraft Ah Hier kannst du die Lautstärke einstellen Okay In dem Menüfexerschmaus fliegt zu Runziers Hexenhaus Hier, das hier brauchen wir Eine mene große Zehn Ich kann das, was du sagst, verstehen Hex, Hex, Hex Miau ey Miau Blocksberg Irre Es ist Schubia Und sie kann sprechen Mau, das war vielleicht eine Reise Erzähl schon, was ist passiert Wie kommst du hierher? Und wieso bist du eine Katze? Miau ey, immer langsam Ich war doch auf dieser Versammlung Ey, da gab es Streit Und Runziat, Manja, Flaui Paui und mich verhext Euch alle? Ja, wenn ich es doch sage Flaui Paui ist eine Blume Die alte Manja schläft wie ein Matrose Und ich Miau Das siehste ja Kein Problem, ich hex dich zurück Äh Ähm Ich glaube, ich weiß den Spruch nicht Ziemlicher Schrott, Blocksberg Und nun? Ich darf zwar nicht hexen Aber das hier ist ein Notfall Wir fliegen zusammen zu Runzias Haus Und suchen Mami Super Idee Das klappt bestimmt Ja, wenn die nicht auch schon verwandelt sind Oh oh Alles nicht so gut Okay Hier geht's runter ins Wohnzimmer Ja, dann fliegen wir los Komm, wir gehen runter Von da können wir zu Runzias Haus fliegen Aber wie kriegen wir den Knoten aus dem Besen? Ich meine, wir dürfen ja den Spruch benutzen Damit kommen wir dann aber immer noch nicht zur Keiler Kolumna Können wir hier noch irgendwo hin? Ne Noch ein Anruf? Okay All right Ähm Das hier Ich wünsche mir Glasorchesterklang Bring mich nach Hause Wir hexen uns ein Elixier Was ist das hier? Komm ich schnell zur Redaktion Ja, dürfen wir nicht Gott, ist hier noch viel Hier hat er das, oder? Ene mene Federkiel Kein Knoten ist hier mehr im Stil Hexen Ja gut, dass wir den kennen Super, es hat geklappt Okay Können wir da nicht jetzt auch zu ihr hin? Ne Na dann probieren wir es mal Nicht auf den Besen? Doch Ene mene Mist, ich habe zu wenig Hexkraft Oh, und jetzt? Ein Glück, das hat geklappt Können wir Kekse für Hexkraft essen? Wüstensandkekse Ein neues Rezept von Mami Die füllen echt die Kraft wieder auf Ja klasse, können wir mehr mitnehmen? Nicht? Oh oh, schade Oder haben wir, haben wir immer, haben wir ein Ah, okay Wir haben unendlichen Vorrat an Wüstensandkeksen Perfekt Let's go Ene mene Festtagsschmaus Flieg zu Runzias Hexenhaus Hex, hex Superblocksberg Na endlich Sind wir hier richtig? Völlig richtig, Blocksberg Das ist ein guter Platz für dich Hm, ja die ganzen Besen sind ja da Die Besen von Runzia und Valpurgia fehlen Oh Na klar, die sind doch auf Achse damit Warum benimmst du dich so komisch? Denk nach, Blocksberg Das ist doch Flaui Paui Siehst du das denn nicht? Wer bist du? Ich bin's doch, Bibi Die erinnert sich an nix Oh Wer bist du? Und wo bin ich? Hm Dann ist der Spruch schief gegangen Was soll ich machen? Hast du eine Idee? Was hast du? Sie will uns was sagen Können wir den Pflanzen verstehen? Spruch auf die anwenden? Auf die Pflanze? Ein leerer Blumentopf? Na, bist du vielleicht ein allwissender Spiegel? Das sieht schon so aus Na gut Bestimmt ist da noch ein Zimmer Ja, wo ist Mutti? Los, komm Ich will wissen, was dahinter ist Das ist ja, wo ist gut Ich will den Pound bei